3 indirekte Fragesätze Hier sind die Aufgaben mit den Lücken. Findet ihr die richtigen Antworten, könnt ihr die Sätze vervollständigen, gleich kommt die Lösung. Hier sind die Lösungen. Wer weiß, ob das Wetter so warm bleibt oder ob es noch einmal kalt wird? Kannst du mir zeigen, wie man Spätzle macht? Mich interessiert, wie teuer ein Ferrari ist.